Wiesenhof-Experten-Tipp Hallo, ich bin Sebastian, Teambetreuer bei Rasta und ich tippe heute den Wiesenhof-Expertentipp, 15. Spieltag. Das erste Spiel Nürnberg gegen Kirchheim. Das wird ein knapper Heimsieg für die Nürnberger. Low-scoring-Game. 65-64 gegen Kirchheim. Die nächste Partie ist Bayer-Giants-Leverkusen gegen Trier. Da gehe ich auf einen Heimsieg ebenfalls. 78 zu 70 für die Leverkusener. Die Dragons spielen zu Hause gegen Paderborn. Dort gibt es einen Heimerfolg für die Dragons. 82 zu 81. Knappe Nummer. Bochum gegen Hagen. Das ist ein Derby, würde ich sagen. Dort gewinnt die Hagener. in Bochum. 72 zu 89. Ehing-Urspring gegen Karlsruhe. Dort denke ich, werden die Karlsruher gewinnen. mit 78 zu 82. Vostok Sea-Wolfs gegen Jena. Spitzenspiel. Ich glaube, da wird Jena gewinnen. auch Defensivschlacht 62 zu 68. Itzu Eagles gegen Bremerhaven. Das wird ein Sieg für die Bremerhavener. 73 zu 94. Klare Angelegenheit. Und zu guter Letzt Tübingen gegen Viapeser-Schwenningen. Dort gewinnen die Tübinger. 91 zu 78. Das sind meine Tipps. 15. Spieltag. Ich wünsche euch noch ein schönes Fest. Bis dahin. Ciao.